Sieht doch schon mal ganz, ganz nice aus, würde ich sagen, rein in den Wind. Vielen Dank. Okay. Ein Tag haben wir jetzt schon verloren. Und quasi. Was kann ich meinen? Okay. 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 Die ersten beiden viel zu easy. Okay. Dann gehen wir in den Laden. Kaufen. Kaufen und CD2. Dann kann man die Story nämlich durchballern. Was haben wir heute Freitag? Ja, das habe ich dann sonst wenig. Aber die Musik ist cool. So, dann ballern wir die jetzt durch. So, was haben wir denn hier? Haben wir keinen, der irgendwie mehr Prozent macht? Nein. 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 Eigentlich ist Schneewitschen schon geil. Okay. Dann rein in den Wind. So, da habe ich jetzt Prozente übersehen, oder was? Das war's. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.